Heyho, hier ist Ronja und wir spielen heute Apex, das neue Battle Royale Spiel, was hoffentlich Fortnite ablöst, okay? Ich persönlich habe ungefähr zwei Runden Fortnite in meinem Leben gespielt. Bin ich der größte Fan? Nein, nein, absolut nicht. Hasse ich das Spiel natürlich auch nicht. Ich meine, es ist einfach ein Spiel, wo ich nicht super viel Interesse dran habe. Ich habe aber allgemein nichts gegen das Battle Royale-Genre. Ich habe früher auch richtig gerne PUBG gespielt, als das gerade rauskam. Dann wurde es gereworked und die Grafiken wurden neu gemacht oder irgendwas und mein PC konnte es nicht verändern. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt ein neues Spiel zur Verfügung haben. Ich habe es mir gestern runtergeladen und ehrlich gesagt bis jetzt nur das Tutorial durchgespielt. Ich habe gedacht, ich warte, bis ich es ausprobiere und kann es dann mit euch zusammen machen. Naja, wir werden sehen, wie gut oder schlecht das Ganze läuft. Übrigens, das hier ist jetzt mein Übergangsmikrofon, okay? Das ist noch nicht mein Endding. Ich habe mir jetzt ein neues Audio-Interface bestellt. Das sollte Samstag kommen. Jedenfalls sagt Amazon das. Und ich glaube, Amazon, bevor ich es vergesse, ich wollte euch nur noch mal darauf aufwendig sein machen, dass ich nun auch Besitzer eines eigenen Merch-Shops bin. Weil viele gefragt haben, ob es von mir noch irgendwie Autogrammkarten oder irgendwas in die Richtung gibt. Oder weil generell ja viele nach Merch gefragt hatten. Ja, wir haben jetzt Merch. Link in der Beschreibung. Oder hier einmal eingeblendet kurz, wir haben Autogrammkarten. Die kriegt ihr zu Bestellungen dazu, wenn ihr bestellt. Also, yay. Ja, also falls es euch interessiert, guckt es euch einmal kurz an. Und ansonsten, lasst uns anfangen. So, okay. Ähm, dann, ich will nicht die Healer-Tuse spielen. In dem Tutorial spielt man die Healer-Tuse. Ich will Pathfinder spielen. Okay? So. Bereit. Wir suchen Spiele. Übrigens, Fun Fact. Ich habe heute mit Tops und Flo aufgenommen. Und wollte dann gerade schneiden. Und, ähm, wie sich herausgestellt hat, habe ich nur meinen Ton aufgenommen. Und der Ton von den beiden ist absolut nicht zu hören. Was voll ärgerlich ist, weil vor allem das eine eine echt lustige Folge war, und ich das echt gerne hochgeladen hätte. Aber jetzt hört man nur meinen Ton. Also, ich meine, ich rede eh die meiste Zeit. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem super merkwürdig, wenn man einfach den Ton von den anderen nicht hat. Und ich einfach mal nicht mal aus dem Nichts anfange zu lachen. Es wirkt, als wäre ich geistig ein bisschen, ähm, auf der eingeschränkten Seite. Aber, ja, ich kann auch hier, falls euch das interessiert, so einen wunderhübschen Zusammenschnitt machen. Oh, 60 Spieler sind das übrigens hier. Nur, dass ihr es wisst. Ähm. Oh, ich sehe gerade, man sieht das UI nicht. Wir sind mit Drizzy9 und mit Azrak in einem Team. Alright. Ähm. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt, oder ob ich es einfach wegwerfen soll. Du wählst als Ronja. Äh. Oh, man darf gar nicht wählen. Okay. Azrak spielt, äh, Bloodhound. Okay, ich will Pathfinder spielen. Ähm. Ich hoffe, Azrak und Drizzy sind gute, gute Freunde. Von mir. Ich will. Ich hab keine Ahnung, ob die Healer ist. Ich glaub, wir haben keinen Healer. Wer braucht schon Healer? Wir haben mehr Firepower. Ähm. Sieht man, dass ich das Spiel noch nie gespielt hab? Im letzten Spieltopf. Ja. Ist okay. Ja, Mr. Level 24, Dude. Alles klar. Tschö. Drizzy, nein. Ist Jumpmaster. Oh, oh. Bloodhound sagt Let's Land Here. Ich will nicht alleine starten. Sind jetzt... Sind meine Teammates schon ab... Oh, ne. Sind wir jetzt das? Sind wir das? Halten. Ehe nicht mehr folgen. Okay. Ehe halten, um nicht mehr zu folgen. Oh, wir sind synchronisiert. Oh, ich glaub... Ich glaub, Azrak setzt sich ab von Drizzy und mir. Alright. Alrighty. Ich find's super merkwürdig, dass man einfach so First Person ist, dass man keine... Ähm. Na? Keine Dings hat. Gar nichts. Äh. Man hat ja normalerweise so einen Teil von seinem Charakter. Man kann hier unten durchsliden. Glaube ich. Okay. Ähm. Ich hab die Shortcuts eigentlich ziemlich genau gemerkt. First Blood. Das ist nicht gut. Okay, es ist doch gut. Es ist... Jemand wurde getötet, aber es war nicht... Wo ist denn hier Loot? Ich will hier Loot. Hier ist Loot. Hier ist Loot. Loot, 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 Loot. Oh, damn. Wie... Ja. Nehm... Oh. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir das. Wir haben eine Waffe. Etch die, betch die. Was ist mit... Oh, ja. Aber hier ist noch eine. Ich bin ja so ein Teamplayer. Ich bin überhaupt gar kein Teamplayer. Ich hätte das den anderen auch pingen können. Hätten jetzt beide Waffen. Egal. Mehr Waffen für mich. Round one. Okay, warte. Wir müssen... Wir müssen weiterlaufen. Gibt es hier irgend so eine Art Voice-Chat? Okay. Dude, gehen wir... Gehen wir weiter? Ich würde... Ich würde hier nämlich gerne weitergehen. Meine ultimative Fähigkeit, die ihr hier unten in der Mitte sehen könnt, ist so eine Art Grappling-Hook. Damit kann ich an so Drahtseilen langfliegen, wie ich das verstanden habe. Was eigentlich ganz cool klingt, ist jetzt so 92% aufgeladen. Ich will eigentlich nicht alleine vorstimmen, aber mein Team scheint hier keinerlei Gnade zu kennen. Ich glaube, das war das, wo man Mitspieler wiederbeleben konnte, wenn die im Gefecht gefallen sind. Jetzt ist nur meine persönliche Frage. Können wir hier einfach weitergehen? Sehe ich irgendwann mal Gegner? Ich vertraue einfach mal drauf, dass ich die Gegner sehe, bevor die Gegner mich sehen und ich sie dann vorher eliminieren kann. Ich habe hier auch High Ground. High Ground ist immer vorteilhaft. Merkt euch das, wenn ihr irgendein Spiel spielt? High Ground. Nehmt den High Ground. Okay. Wir machen uns weiter auf den Weg. Kann man irgendwie rauszoomen? Mit M geht man auf die Map. Wir sind schon ein ganz schönes Stück entfernt, aber nicht so weit weg von der Zone. Ich würde sagen, wir bewegen uns hier in den Moment. Kann es sein, dass einer von uns gestorben ist? Oder ist der disconnected? Ich würde gerne mit Azraic reden. Er sagt auch immer Sachen. Ich weiß nicht, was er mir damit mitteilen möchte. Bin ich ganz ehrlich. Give me sight. Was soll das heißen? Wollen wir jetzt in die Zone gehen? Oder nicht? Es gibt neun Kill Leader. Runix hat schon drei Kills. Und damit sagt das Spiel jetzt, dass es der neue Kill Leader ist. Und der ist besonders gefährlich. Immer aufpassen. Wir haben noch 34 Leute am Leben. Und ich sehe hier so eine Art... Vertraut dem Allvater! Was bringt mir denn das? Gegner! Genau hier! Das bringt mir tatsächlich was. Azraic! Mein Boy! Wir flanken gehen jetzt. I'm coming! I'm taking fire! Das ist nicht gut! Bekämpf den Feind! Ich bekämpfe den Feind! Ich will! Ich würde ihm gerne was sagen. Ich würde gerne sagen, ich komme! Ja! Du schaffst es! Du schaffst es! Ich glaube an dich! Nein! Nein! Azraic! Nein! Ich kann nicht bergen. Okay. Nein! Amote Bamboo hat mich getötet. Aber der hat auch schon neun Kills. Es tut mir sehr leid, dass ich meinen Teampartner hier nicht retten konnte. Aber das ist nicht schlimm. In der ersten Runde gewinnt man selten. Wir haben jetzt überlebte Zeit. Wir haben... Oh! Level Aufstieg! Level 2! Wir haben 4 Minuten 41 überlebt. Wir haben null Kills gemacht. Wir haben null Schaden. Null Schaden! Ich habe doch auf den geschossen! Ich habe niemanden geresported. Ich habe keinen Champion animiert. Und ich habe nicht mit Freunden gespielt. Nächste Runde! In Apex Play! Oh! Ich habe sogar Pack! Pack! Opening! Pack! Opening! Was haben wir? Was ist denn da drin, frage ich mich? Wir haben einen Skin! Der sieht genau aus wie der Charakter, den der Typ eben gespielt hat. Wow! Ausrüsten! Den blauen haben wir jetzt. Damit kann man erstmal flexen. Was haben wir noch? Selten! Selten! Abseits! Bam! Was haben wir noch hier? Die Waffe. Die sieht genau aus wie eine normale Waffe. Die nehmen wir mit. Ja, aber da kommt doch Freude auf. Na, nächste Runde auf geht's! Heute in unserem Team sind zwei neue Kameraden. Ich glaube, der eine ist einfach gerade disconnected. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt haben wir Sixty und C-Mario. Er irgendwie scheint Bloodhound einfach gut zu sein, weil der erste immer Bloodhound wählt. Es wirkt wie der OP-Charakter, den du einfach haben willst. Ähm, C-Mario201 wählt den Healer. Und ich wähle Pathfinder. Ich bin auch ein Art-Healer, glaube ich. Weil hier ist auch so ein Plus-Zeichen. Ähm, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Okay. Oh nein! Ich bin der Jumpmaster! Äh, habt ihr irgendwelche Präferenzen? Boys? Team? Äh. Okay, ich sage, lass uns, lass uns nach hier gehen, okay? Es ist eine gute Gegend, das weiß jeder. Das ist, das ist uns allen klar. Ähm, werde ich jetzt automatisch, werden wir jetzt automatisch rausgejumpt? Ja, wir, wir jumpen jetzt raus. Ich habe das jetzt manuell machen müssen. Es wird ein langer Fall, macht sicher Spaß. Ja! Die anderen haben sich direkt abgekoppelt von mir. Das finde ich gut. Wichtig. Seht ihr, wie ich meine Raketenwerfer anmachen kann? Das ist super nice. Die Animation ist clean. Cleaner als clean. Okay, das ist jetzt, glaube ich, nämlich eine abgelegenere Gegend. Da kann man erstmal in Ruhe... Uh, habt ihr das gesehen? Dime. Smooth. Ich habe eine Waffe, ich habe einen Helm, ich habe einen Ultimativ, weiß ich nicht was. Hier ist ein Balkon. Was haben wir denn noch Schönes? Ähm, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Wischung aus PUBG und Borderlands. Vom, äh, Stil. Hier hat jemand eine Schildzelle drin gelassen, aber den Rest einfach mitgenommen. Hier ist ein Helm, Stufe 2. Ich habe schon einen Helm. Guck mal, der ist kommun... Den mag ich. Erster Treffer beim Feind. Achtet auf den neuen Killspitzenleiter. Müssen wir wirklich auf den achten? Ich habe das Gefühl, der Killspitzenleiter ist einfach komplett egal. Vielleicht ist es so ein Overwatch-Ding, was ich einfach nicht verstehe. Aber, ähm, ich habe nie Overwatch gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie, es wirkt so irrelevant. Hier ist noch was. Ja, das nehme ich mit. Ich bin... Ey! Ich habe es auch nicht gesehen. Kontakt mit Ziel. Sorge hier für Verteidigung. Wird ich gerettet? Ich werde gerettet! Ich werde gerettet! Er rettet mich! Ne, Big... Big Street verblutet! Oh nein! Ne, Sixth Street verblutet. Aber Zemario kämpft noch. Ich glaube, Sixth Street will mich retten. Ich glaube, nämlich hier bin ich gefallen. Oh nein, hier ist der Gegner! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ein bisschen schade ist, dass wir hier weniger Helden haben und weder Caustics, den toxischen Fallensteller, noch Mirage, den holographischen Trixer spielen können. Was wirklich sehr schade ist. Man sieht hier, dass ich den vorgeschobenen Speer spiele. Was ist so gut an dem? Am technologischen Färtenleser? Das wüsste ich gern. Warum spiele ich den nicht? Wisst ihr was? Ich habe ein Skin für den. Ich spiele den jetzt. Ich bin jetzt der Dude mit dem Rabe. Tja, immer waren die anderen Leute der Dude mit dem Rabe. Aber jetzt bin ich's. Okay, ich darf als erstes wählen. Das trifft sich gut, weil jeder weiß, dass der erste immer Bloodhound wählt. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Ich folge dem Trend, ja? Ich will auch mal gewinnen. Der nächste... Die wirkte gut. Oh, er hat... Er hat den, er hat den, er hat den, er hat den. Den... Den seltenen hat er. Der hat reingecached. Die wirkte busted, als sie mich getötet hat. Ich sag, wir haben OP-Team. Ich sag, wir gewinnen das. Wir sind... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Bereich ist. Wir sind in einem ziemlichen Brawler-Bereich. Aber vielleicht ist das der Weg. Okay, 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 okay. Landen wir auf dem Dach? Viele von uns landeten auf dem Dach. Einige von uns schafften es nicht. Sie sind runtergefallen. Kurz vor dem Dach. Ja, das war ein taktischer Move, weil ich natürlich erstmal auch scouten wollte, wo die Feinde sich überhaupt so aufhalten, ne? Das ist klar. Hier sind leider wenig Loot-Materialien verfügbar. Das macht mich ein bisschen traurig. Bin ich ganz ehrlich? Wie renne ich? Oh, ich so slide ich. Habt ihr das gesehen? Ich bin ein Slider. Slide! Oh! Speed. Speed Slide. Okay, hier unten. Hier ist was. Hier ist was. Helm! Beginning Ring Countdown. Ich mag diese... Ich weiß nicht. Ich finde diese weiblichen Roboter-Stimmen, die immer so Ansage-Sachen machen, die im Gefühlt jedem zweiten Spiel sind. Irgendwie finde ich die nice. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was. Findet ihr auch? Ich mag die. Okay. Ich bin jetzt... Oh! Noch mehr! Noch mehr! Stuff! Stuff! Okay. Kann man Auto fahren? Nein. Schade. Ich hab leider noch keine richtige Rifle. Das ist sehr belastend. Ich frag mich... Kann der laufen? Also, kann der auch sprinten? Oder sprintet der gerade automatisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Pistole finde ich jedenfalls unglaublich enttäuschend. Ich hätte hier einfach gerne eine richtige Waffe. Ich wünschte, irgendjemand würde mal... Hier ist eine Waffe! Das ist zwar nicht unbedingt die beste... Oh! 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 Hochwertige Beute! Wo sind die anderen? Hier ist ein Wiederbeleber. Okay? Oh mein Gott, hier ist viel Stuff! Oh mein Gott, hier ist viel Stuff! Aufsatz optisch! Vier- bis achtfacher Schaden! Ich glaub, jetzt wird's verrückt. Ähm, Leute... Warte, 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 wir können das pingen. Wir sind doch alles gute Sachen. Ähm, ping! Ping, ping, ping! Äh, falls, falls irgendjemand kramen will, hier ist Loot. Falls, falls... Ich, ich hab gelernt, wie man pingt. Ähm, ich beschütze hier natürlich die Gegend. Äh, die Runde... Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Runde startet? Was passiert, wenn die Runde startet? Wir werden das herausfinden. Ist es dann so ein offener Kampf? Aber es ist schon die ganze Zeit ein offener Kampf. Der Ring schließt sich, ach so. Okay, wow. Wow. Äh, hier, Istirax hat eine Beute gepinkt. Ultimativbeschleuniger. Ich hab hier noch mehr Beute! Ich hab mehr Beute, als du Beute hast. Hier, ich hab einen Rucksack! Bam! Ist meiner, den kriegt ihr nicht. Laufstabilisierer nehm ich mit. Äh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich nehm noch den Aufsatz mit. Äh, montieren. Warte, hab ich jetzt den anderen nicht mehr montiert? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ähm, dass ich, dass ich irgendwas anderes hatte, was montiert, was besser war. Äh. Okay, wir, wir gehen, der eine wird unbedingt noch da. Irgendwie. Äh, der, der ist echt über, ja, wir, 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 vergess es tut mir leid, sagt er jetzt. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir wollten jetzt hier hin. Let's explore this way. Ich, ich sag, das ist, eigentlich wollte ich das nicht sagen. Äh. Die Hälfte vom Squat steht noch. Ach so, von allen Squats. Es gibt am Anfang 20 Squats, oder wie? Ja, macht Sinn, wenn's 20 Squats, ah, drei Personen sind, dann, wir haben noch die Hälfte. Warte. Das ist voll die blöde Waffe. Was ist denn das hier? Wieso hat denn der so, so ein Triple- Das ist ja voll, ah, ich bin kein Fan von meinen Waffen. Ich wünschte, ich hätte bessere Waffen. Okay, wir stürmen das, okay? Wir gehen da hin. Wir gehen da jetzt hin. Wir stürmen das. Auf geht's. Drei, zwei, eins. Mir nach. Ich hab nämlich, glaube ich, Nahkampfwaffen. Bitte. Bitte folgt mir. Wir sind im Ring. Komm her. Energiemunition. Wie funktioniert das Energieprinzip in diesem Spiel? Jetzt hab ich ein bisschen Angst, weil die anderen nicht mitgekommen sind. Wo ist mein Kompagnon? Hä? Wo ist der Typ hin, der hier drin war? Der ist doch hier, der ist doch hier reingeflüchtet. Wo ist der Typ, der unter Beschoss war? Ich wollte den... Och nee, hab ich jetzt immer noch null Kills. Das find ich aber blöd. Hier, das ist Mavises. Wir folgen jetzt Mavises. Unser Freund ist nämlich entweder disconnected oder tot. Ich glaub, der ist disconnected. Irgendwie disconnected. Nicht ständig. Egal. Wir sind ein Team. Wir sind beste Freunde. Wir werden gemeinsam die Welt gewinnen. Ich muss hier nur nachgucken, ob hier jemand ist. Okay, pass auf. Ich hab ja diese Fähigkeit. Bis gern. Keine Gegner. Wir rennen weiter. Und ich folge meinem Kumpel Mavises. Wir sind immer noch in der Zone. Und ich seh leider nix. Er sagt immer keine Gegner, deswegen fühl ich mich sicher. Was würdest du denn mit deinem Portal machen? Also scheinbar... Der Kill Leader wurde getötet. Ja dann, easy game, easy life, oder? Okay, was bringt das Portal? Ist es einfach wie ein Portal, dass ich da durchlaufen kann und dann zum nächsten Portal gehe? Ich bin ja so bereit. Ich geh da jetzt durch. Auf durchs Portal! Tschüss! Cool! Nice! Das ist cool! Oh, sie kämpft, sie kämpft, sie kämpft! Ich will auch mitmachen! Ich weiß, ich weiß. Wo bist du, mein Freund? Mein Freund der Sonne. Ich schleiche mich an. Ich benutze dir die Bärenklaue. Vertraut dem... Herr der Jagd. Was soll das überhaupt heißen? Was ist denn Herr der Jagd? Oh, da! Oh mein Gott! Ich will ihn erwischen, bitte! Wo ist der? Ich dachte, ich bin Herr der Jagd. Oh nein! Ich bin down! Ich bin am Boden. Bitte rette mich. Feind am Boden. Ja! Mavi! Man kann schneller laufen, wenn man am Boden ist. Oh mein Gott, das ist so fun. Sie rettet mich! Ich glaube, die rettet mich! Sie slidet zu mir! Hey! Du bist dann mir vorweigeslidet! Nein! Nein! Das war's dann aber auch mit dieser Runde Apex Legends. Falls euch das gefallen hat und ich das nochmal spielen soll, dann schreibt das gerne in den Kommentaren oder falls ihr andere Vorschläge habt, lasst es mich wissen. Drückt den Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!